Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocklick, heute mit 4 gegen 4 und eine neue Partie hier an diesem wunderschönen Tag. Wie geht's euch Jungs? Mit dem Major und dem Curry, muss ich noch sagen. Der Major kann aber gar nicht quatschen, da es gerade nicht geht. Und er zeigt doch mal mit, also er ist anwesend. Wir wollen einfach mal ein 4 gegen 4 Match machen. Der Fiano muss noch reinkommen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. Boah, das wird jetzt das Psycho-Game, glaube ich. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Jolo! Ey, den haben wir, den Ball. Alter, das lag wie Sau. Ja, ich sehe es schon. Aber ich mache jetzt ein Tor. Die fahren alle ins Tor bei uns. Ey, bei mir sind die alle auf einer Stelle. Curry liegt bei mir auf dem Kopf. Tor! Curry liegt bei mir auf dem Kopf. Raus, raus, Leute. Dennis fährt bei mir im Kreis. Was ist das denn? Alter, was ist das denn? Komplätze kaputt, ey. Der Major fährt bei mir im Kreis. Bei mir fahren sie auch alle im Kreis. Also du, das Spiel, Lenno, komm. Geil. Ich kann den Ball die ganze Zeit ballern hier. Ey, das ist so low, ey. Du, ein neues Spiel, Lenno, komm. Ja, er ist schon unterwegs. Your connection to the game timed out. Krass, ey. Gruppenleiter suchen noch eine Match. Ja, geil. Ja, das ist übrigens die letzte Session von Rock'n'Leach. Weil man kann natürlich, oder liegt, man kann ja natürlich nicht 738.000,2 Folgen davon machen. Ich fände es geiler, wenn das Spiel irgendwie einen Turniermodus hätte oder so. Ja, aber irgendwann willst du ja repel, pepe, 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 tief. Und so ist es gerade. Ja. Und wir werden natürlich irgendwann, hoffentlich mal das Duell gegen Sarazza machen. Ich werde ihnen das jetzt mal ein bisschen sagen. Das wird dann auf jeden Fall auch noch kommen. Der Huber. Oh, wir sind alle da. Andrews, Akeda und Huber. Alles klar, Mann, jetzt geht's rum, jetzt geht's rum Achso, jetzt Ich bin hinten Boah! Fettsack, Mädchen auf dem Tor Aaaaaaah! Echee! 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 Die Mädchen hat auch ein Fettsack? Nee, nee, der hat auch ein Fettsack. Der Mädchen hat so einen Helm, also einen Hut auf. Das ist, glaube ich, ein Sombrero, ne? Ein Zumbi! Okay, Mann! Okay, 1 zu 0, Mann! Sehr gut! Boom! Was war das denn, ey? Upsala! Wird geschoben Alter! Oh, gefährlich, ey! Wer ist denn jetzt wo? Machen wir jetzt feste Positionen? Alter, ich werde rausgehauen. Das können wir auch machen. Quats! Hallo! Boah, 4 gegen 4 ist so krass. Hallo! Hallo! Runter! Ey, Tor! Aaaaaaah! Okay, warte! Ja, warte! Wir brauchen einen, der hinten bleibt. Bleibst, oder? Wir brauchen einen, der hinten safe ist, ey. Wir machen wieder letzter Mann. Letzter Mann, oder was? Ja, letzter Mann bleibt hinten, okay. Okay. Es steht 2 zu 0. Der Alex hat richtig verschissen gerade. Ja. Okay, Dennis ist am Tor, Mann. Okay, Fetty ist am Tor. Okay, verloren. Alter! Ich flieg auch ans Tor. Weißt du, erstes Spiel, Dennis? Ja, auch, oder? Aber danach waren wir voll die Kings, Alter. King of Kings. Okay, ich bin am Tor. Boah! Ich hab alles safe hier. Oh, Alter! Alexa kommt! Alex, oah! Warte! 1 auf Leno! Hey Curry, warum hast du einen heiligen Schein? Bis den Dragon Ball gestorben? Der Alex ist so schlecht, ohne Witz. Und... 3-0! Und... Kev Trin! Und wieder er hat ne mega scheiß Verbindung, oder er... Der hat gesagt, Trin! Kev Trin! Drin! Kev Trin! Kev Trin! Kev Trin! Der kommt aus dem nix! Und trifft nicht! Warte! Dory! Warte, warte! Den hab ich! Warte, warte, warte! Warte! Weg der Mann! Alles gut, alles gut! Keiner litze mit Fetty an! Bam! Fetty! 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 Fetty mit'n Spoiler! Aua! Fetty mit'n Spoiler! Ein Bauhelm! Oh! Das ist meiner! Warte! Ist dir gar nix mehr, Alter! Oh, was toll! Boah! Ich werd fast in den Ball reingeschossen! Der hat schon mal weggeschossen! Pass auf! Ich flieg jetzt schon! Ey, wo fliegst du denn hin? Ey, wo fliegst du denn hin? Esso! Was? Was war das denn jetzt? Das war gerade gejugert, Alter! Was war das denn jetzt? Instant jung geworden! Irgendwie so ne Überraschung von hinten! Was ist denn? Ey, wo kommt das her? Wie süß! Major, Mann! Achso! Bildet die Isis gerade schon mal den Nachwuchs aus, oder was? Wer ist denn hier im Tor? Ich bin im Tor, okay! Ich blick hier gar nicht mehr durch, Mann! Alter! Da kommt der! Nein! Okay, Major ist im Tor! Da war safe call drin, der ist shit! Safe call! Äh, Rückwärtsgang! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Den hab ich, den hab ich! Hier, pass auf! Abgenommen! Lobby! Lobby! Was für Lobby, Alter! Was für ne Lobby! Boah! Boah! Fett hier! Blobby! Attentat! Mach den Blobby-Wolli, ey! Das gehört, Nachwuchs am Start, ne? Ja! Ein Kofferbomber! Okay! Oh! 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 Jetzt rein damit! Ja! Oh! Oh! Flieg Black Overback! Flieg Black Overback! Oh! 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 Das ist meiner, Mann! Minus 27 Dezember! Irgendeiner da rein! Nein! Der hüpft ins Tor! Was? Okay, jetzt hol ich! Komm, Türke! Nochmal in die Kante! In de Knick! In de Knick! In de Knubel! In de Knubel! In de Knubel rein, komm! Boah! Nein! Das war jetzt fettig zu stopp! Yo! Jetzt volle Pullen voraus, Mann! Toa! Wär geil! Pnone! Schön! Wär geil! Vier zu Null, Mann! Du musst überspringen, häftlerin! Ich hab noch überspr... Achso, jetzt! Polio! Jo! Okay, Jungs, stirb drauf! Stirb drauf! Alter, können wir mal aufhören, mich zu besteigen hier, oder was? Boah! Das ist der originaler Major grad gewesen? Ah ne, das war der gar nicht! Dennis! Das war mein Nachwuchs! Warum sagst du Dennis? Wer hast du verfehlt? Wer? Du! An Dennis! Kalt! Oh, ja! Oh! 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 Das ist echt einfach Chaos! Alles geht drauf, ey! Alter! Tor! Ja! Nein! Boah! 5-0! Äh! Das ist aber so geil, wie man danach so springen kann mit der Karre! Fast, fast hätte Alex den noch rausgeholt, ne? 5 zu 0 steht es der Preis. Aber auch nur fast. Linden? Jo. Ey, der ist gut, Mann. Der hüpft ins Tor. Jo. Oh, Curry ey. Oh, Oh, Vorlage. Ganz ehrlich, das ist doch keine Herausforderung hier für uns. Oh, Curry packt aus. 360 Nose kommt mit nachladen. Mit nachladen. Mit nachladen, als ob das gut wäre. Hahaha. Das stimmt eigentlich voll scheiße. Ja, egal. Okay, go. Volle, voll raus. Yo. Pampel. Oh Mann ey. Oh, da kommt Spitz. Jetzt. Major, was ist denn da? Oh, Tor. Alter, das war ein Traumtor von, von, weiß ich auch nicht. Aber warte mal, geplant. Das war alles geplant. Guck mal, Rückpass von Major und dann so. Pam, pam, pam. Hm. Der Rubo. Rubo. Oh. Der Alex immer da so lang düst. In seinem Regen. Oh. 7. Oh. 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 Was ist der Alter dabei? Aua. Alter, was macht die? Fisten. Alex hat ihn. Yo, jetzt kommt der Dennis. Und dann kommt der Alex. Und dann Major. Und dann. Oh. Scheiße. Und jetzt? Oh, der Anderson. Oh, Hilfe. Mann. Oh, das ist noch ein Fetti. Was machst du denn da, Mann? Ich war ein bisschen. Ja, Mensch. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Der hat deinen Namen TS gesehen. Konnt wahrscheinlich die anderen nicht aussprechen, weißt du? Oh, geil. Der hat einfach gesehen, wie er gespielt hat. Ja, Dennis. Kommt ja auch. Gibt's ja auch nen typischen. Go. Aber der hat nen Kollege, der hat Dennis. Oh, was für ein Zufall. Oh. Was ist denn da los? Kennt ihr noch Cara Dennis? Kennt ihr noch? Kennt ihr noch Lenno, der doof ist? Cara Dennis, Alter. Hau ne mit. Easy guy. Gewinner. Orang. Königsbrun. Und Leute, gibt's ne Doppelrunde. Genau, es gibt's noch eine Runde. Und dann war's das leider die letzte Folge von Für immer. Rocket Liguage. Welch geil, Mann. Welch geil. Ja, starte mal da, ne? Ja, ist doch schon. Ja, wir suchen. Lenno. Mach schneller dran. Was ist eigentlich dein Problem? Mach schneller dran. Ich fülle dir einen auf die Schnauze an, Curry. Achso. Ja. Achso, ja dann. Komm her. Ob wir das jetzt gewinnen werden, das weiß ich nicht. Ey, yo. Ich schon. Ich nicht. Ich bin hin. Ich bin hin. Ich bin hin. Fürs allerletzte Spiel. Okay. Sonderlass. Okay. Fünf Minuten. Bis zum Sieg. Wenn wir das gewinnen sind wir Weltmeister. Boah. Okay. Also verdienen wir das. Der eine steht da nur rum. Batterie kaputt. Akku leer. Der kommt noch mal. Der kommt noch mal zurück. gemalt. Oh. Schon keiner war. Was ist das denn, ey? Der fährt halt im Podracer durch hier. Schön. Oh, schön. Der eine spielt gar nicht mit. YOLO. Exotik. Oh, den hätte ich so gehabt, Curry, du Rissen. Hey, die haben mich angestupst. Ich wurde weggekommen. Ja, du alter Kita. Was? Hä? Ich auch nicht. Ach so. Was mit der Kita? Der kommt. Nein, Mann! Hilfe! Alle fähren wir rein, ey. Fett ihr den Safe. Yo. Ich komm nicht klar mit der Autoballkamera. Ey, scheiße. Die Lennö immer rumgleitet. Ja, dazu. Du kriegst immer einen Ball, ey. Mann. Kommt irgendeiner dagegen titschen. Warte. Oh, der. Oh, der. Oh, Mann. Ich hab was auf. Es ist was für dich, Mann. Oh, Mann. Alles gut. Wir haben hinter einem Ball erfahren. Oh, oh. Okay, jetzt wollen wir mal ein bisschen, ein bisschen Struktur hier reinbringen. Okay. Ihr Mann wollt's. Keng! Boah. Jawoll, der nur. Jetzt hau ihn. So oft da kommt einer mit Turbo. War noch kein Chons! Jaaaa! Mann, der soll mal nach hinten rollen. Jawohl! Jawohl! Jawohl, der! Jaaaa! Man ist am besten. Ich wollte das Abstaubertor, war egal. Guck mal, da einfach lang fliegen. Okay, es steht 1 zu 9 meine Damen und wir sind dem Pokal ein bisschen näher. Schön. Ey mein Auto ist kaputt, okay, ich geh ins Tor, geh drauf Lenno. Wo fliegt der hinten, da hinten? Oh der kommt. Oh, fliegt jetzt gang. Lenno, jo, bin da, hab ich, warte. Okay, Lenno hat den. Ich bin der Keeper, der Keeper, der hält den Tor, den Tor frei. Der hält den Tor. Den Hühnerknobel. Oh oh. Bei uns geht alles hier. Das Fliegen, das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Die Zeiten des Erfolgs sind vorbei, liebe Freunde. Oh 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 oh, der springt gut. Nein! Wir müssen mal, weil Lenno nicht im Tor war. Hä? Ich war sogar ein Tor, ey. Wie das aussieht, ey. Ich hätte mal so eine Carrera-Autos einfach da hingeworfen. Carrera. Carrera-Bahn-Autos. Geil! Wenn ich ein Curry bin, dann bin ich ein Curry. Ich kann jetzt nicht verlieren. Bam, nochmal eingetupscht. Ey, little Mitch! Sorry, Mann. Sorry. Wer fliegt denn da? Nein! Lenno! Boah, sehr geil. Und jetzt ab geht's. Ab geht die Party, die Party geht ab. Wolle ich sag, ey! Ab im Süd-Würr. Ey, oh! Ey, oh! Ey, oh! Patten Jack! Er kriegt den Ball nicht rein. Ja, Lenno! Mace, komm, Mace. Ja, Mace, komm. Dennis, eat them. Jawors! Juma, was für eine Teamarbeit. Er hat das gesehen? Geht doch, ey. Guck mal, ich hatte so eine Autos. Er rund, hat er vollbrankt jetzt mit der Karre. Sehr gut. Das ist Disziplin. Töre ist im Tor. Nein. Ich bin hier vorne. Achso, ich bin im Tor. Oh, nee. Soll er nice denn der Nummer? Wird es kloppen oder was? Gut, dass das die letzte Folge ist. Kloppo, ey. Wird es kloppo? Ey, der kommt. Oh, nee. Was ist denn da los? Warum ist es da? Ich bin da, Mann. Ich habe alles im Griff. Scheiße, ich war falsch rum. So, jetzt bin ich da. Bam. Lupfer. Lupfer. Was ist hier los, Mann? Oh. Verpissel ich, Mensch. Das ist mein Revier. Ey, Mensch, hat geschubst. Geschubst. Er ist ja auch Drücker. Jetzt Tor. Da ist keiner, Mann. Der fährt lieber in mich rein. Warte, da kommt der Ball. Nein, der Ball fliegt. War mal so an sich. Nein, der kann auch rollen. Oh, oh. Boah. Oh, der ist echt nice. Oh, bis Curry kam. Warte, hier nochmal. Hier, nimm mal. Schieß sie nach Bagdad. Nein, ich habe ihn abprallen lassen. Alter. Ja, hier ist ein Holländer Friedkantel. Ja, was macht der denn? Ein Tor? Boah, Alter. Curry hat seine Kanz. Boah. Der ist gut. Boah. Wohooo. Jawohl. 3-1. Guck mal hier, Alter. Was für ein Powerschuss. Du bist immer der eigene Soundkulisse untermalen. Kann auch nur so Luft raus. Okay, Mann. Jo. Boah, sehr gut. Press Ball. Rettis macht alles platt her. Ja, Rettis sollte ein Bester wählen. Nein. Da kam er aus dem Nix. Und hat er nichts dabei. Äh, Betcher, 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 Betcher. Boah, Betcher, was macht der denn? Dann nimmt er erstmal den anderen Wagen mit. Bam. Der ist drin. Oh, der ist safe. Hau ihn rein. Jolla. Jawohl. Äh, 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 äh. Ja, das war eine neue Folge. Rockley. Bald kommt der erste Dome-Long-Content. Und dann wollen wir natürlich zeigen, was man damit machen kann. Das gibt es dann in Kürze. Und bis dahin werden wir natürlich mal bitte die eine oder andere Partie machen. Hoffen wir nicht auch gegen den Sarazos. Und, äh, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Aber Rockley kommt jetzt erstmal nicht mehr täglich. Äh, denn, äh, ist so, ne? Tschüss. Alles platt.